Davy Selke vor EM Damals, als wir noch zusammen auf Twitch gestreamt haben, haben wir mal rübergeradet zu Davy Selke, der damals auch auf Twitch gestreamt hat und mussten mit ansehen, wie Davy Selke seine eigenen Highlights bei YouTube geguckt hat. Das ist für mich immer nur einer der verstörendsten Momente, die ich auf Twitch erlebt habe. Ich meine, die EM werden wir sowieso verkacken. Warum dann nicht witzig verkacken, die EM und mit Davy Selke vor Spielen? Warum dann nicht einen ironischen Kader aufstellen? Emre Can, erst mal die Kapitänswinde gehen, weil es ein Nationalspieler des Jaxens gewonnen ist. Vorne rein, Davy Selke. Ich würde auch einfach mal random Patrick Osterhage mitnehmen, weil der hat einen Huf. Den können wir noch ironisch berufen, wenn wir die Nationalmannschaft haben. Es ist halt einfach kompletter Disrespect, jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Henning Matriciani, boah ja, der Coach. Die ironische Nationalmannschaft, muss ja Julian selber wissen.